Saisonales und regionales Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Dafür steht die Rollen der Gemüsekiste. Doch jetzt zur Vorweihnachtszeit ist im Sortiment noch einiges mehr vertreten, was passend zu dieser Jahreszeit ist. Auch für unser Weihnachtssortiment gilt, dass wir natürlich eine möglichst breite Auswahl bieten wollen und dazu zählen natürlich Backzutaten, ganz klassisch, aber auch Weihnachtsmänner und Lebkuchen. Aber wir versuchen natürlich auch regionale Produkte anzubieten und arbeiten da zum Beispiel mit Augsburger Lieferanten zusammen wie den Schäfflerbach-Werkstätten. Das Angebot wird von den Kundinnen und Kunden gut angenommen, auch weil es eine Mischung aus bewährten und jährlich neuen Produkten ist. Zum Beispiel die Tees von Nanpakal, aber auch Augustanus Likör, Kräuterlikör, der direkt in Augsburg produziert wird. Dazu haben wir noch glutenfreie Produkte aufgenommen, um da einfach auch ein breites Sortiment zu bieten und natürlich auch vegane Artikel, die sind bei uns auch schon seit mehreren Jahren im Angebot. Neben Produkten, die man für sich selbst bestellen kann, gibt es bei der rollenden Gemüsekiste auch einige Ideen für Weihnachtsgeschenke. Sie können ein Abo abschließen, dass sie sagen, sie verschenken das. Das können drei, vier Kisten sein, das kann auch nur eine einzelne Kiste sein. Dann ein Gutschein, einen bestimmten Wert zum Beispiel, den der Beschenkte dann einlösen kann. Sie könnten natürlich auch bestimmte Artikel aussuchen und sagen, das möchte ich denen zukommen lassen, ich kenne den oder die sehr gut und die würde sich darüber freuen. Also solche Dinge kommen gut an. Einfach per Telefon oder über den Online-Shop der rollenden Gemüsekiste den Kontakt herstellen und das passende Weihnachtsgeschenk finden. Wer es eher klassisch möchte, kann auch einen Geschenkkorb zusammenstellen lassen. Manche Dinge sind schon fertig vorgepackt mit Leckereien drin, manche füllen wir. Gern natürlich auch nach Kundenwunsch, das wäre gesagt, mit Wein zum Beispiel oder eben ohne mehr so ein bisschen die italienische Richtung, wenn derjenige das mag oder viel Süßes oder auch gar nichts Süßes, geht natürlich genauso. Die Weihnachtszeit kann also kommen mit den passenden Produkten der rollenden Gemüsekiste, sowohl für zu Hause als auch als Geschenk. Die Weihnachtszeit kann also kommen mit Leckereien. Die Weihnachtszeit kann also kommen mit Leckereien. Die Weihnachtszeit kann zusammen mit Leckereien. Die Weihnachtszeit kann auch Colorado sein.